Ich bin Sirius Kestel, 25 Jahre alt und ich bin der Initiator und Produzent des Hörspielprojektes 5 nach 8. Eigentlich bin ich Filmtonmeister und Sounddesigner, heißt ich mache den Ton für Filme am Filmset, ich mische Filme ab, mache Sounddesign für Filme, mittlerweile aber habe auch meinen Background im Hörspielbereich. Ich habe glaube ich mit 14, 15 Jahren habe ich angefangen im Jugendmedienzentrum damals eigene Amateur-Jugendhörspiele zu produzieren, wenn man das Produzieren nennen kann, habe halt eigene Skripte geschrieben, das aufgenommen, vertont und natürlich auch super cool, natürlich immer selbst die Hauptrolle gesprochen, aber jetzt eben 5 nach 8 wird mein erstes professionelles, seriöses und erwachsenes Hörspielprojekt. Für Erwachsene geschrieben, also auch definitiv kein Hörspiel für Kinder und Jugendliche, ist auch ein härterer, sehr ernster Stoff und da hatte ich das große Vergnügen mit Didi Meier als Autor und Regisseur zusammenzuarbeiten. Von mir kam zwar die Initiative, ich hatte eine alte Konzeptidee gefunden, aber nur ganz, 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 ganz grob und Didi hat daraus ein super Skript geschrieben und bringt ganz neue Nuancen und Aspekte in der Regieführung rein und das macht mega Spaß, daran zu arbeiten. Unser Hörspiel wäre es ein Film, wäre wohl im weitesten Sinne ein Kammerspiel. Bei uns geht es um zwei Personen, die in einen verbalen Konflikt miteinander treten. Unsere Hauptperson ist der Radiomoderator Harry und der in seiner Radiotalkshow Harry hilft, seinen Zuschauern mit Rat und Tat zur Seite steht, bis zu dem einen Tag, an dem unser Hörspiel einsteigt. Es ruft ein junger Mann an und ja, der will sich aber definitiv nicht helfen lassen, sondern hat ganz andere Ziele und Hintergründe und wird Harry in ein Gespräch verwickeln, das sehr nervenaufreibend ist, das alles von Harry abverlangt und auch mit einem Ausgang, der, glaube ich, bis zu den letzten Seiten ziemlich ungewiss ist. Das war's.